Musik Willkommen zu Wochenrückblick aus dem Burgerland. Niki 05, ein besonderer Abend. Maria Lena, eine Burgerländerin, die es sie zum Aufgabe gemacht hat, kranke und behinderte Kinder zu unterstützen. Mit sehr viel körperlichem und geistigem Einsatz organisiert sie am Freitag, dem 18.10. eine Veranstaltung in Schlosshotel Felden. Sie hatte dabei viele Hindernisse zu überwinden. So sagte beispielsweise der Moderator am gleichen Tag gegen Mittag ab. Cleo Ruiz, Sängerin und Kabarettistin, stellt sich spontan als Moderatorin zur Verfügung. Ohne besondere Vorbereitung führt sie sie dann zu Venier durch die Abend. Das abwechslungreichste Programm begeisterte nicht nur die Gäste, sondern auch die anwesenden behinderten Kinder und deren Begleitung. Die Spenden, die bei der Veranstaltung von Maria Lena zusammenkommen, werden direkt über einen Anwalt abgeregnet und den bedürftigen Kindern zur Verfügung gestellt. Damit ist sichergestellt, dass alles eine Ordnung hat. Dieses Mal wurde ein Betrag von 8.908 Euro an Hilfsbedürftige verteilt, sowie 3.000 Euro extra an ein Kind. An diesem Abend gab es auch Versteigerungen, eine Diamantenring, eine Stückfahne, das mit Alexander Rüdiger am Nordpol war und eine Package schöner Preise aus Kärnten. Die Ertrage aus dieser Versteigerung sind nicht in den vorher genannten Summen eingerechnet. Sie werden zu einem späteren Zeitpunkt vergeben. Feste Vereine Die serbische Gemeinschaft in Osterei veranstaltet am Samstag, dem 19.10.2013, das Fest der Vereine in Eisenstadt im Kulturzentrum. Vereine aus ganzer Osterei kamen zu diesem Fest. Es gab viele Unterhaltungen mit Musik und auch die Kultur kam nicht zu kurz. Für die Kinder gab es eine Wiesenquiz mit den Fragen aus der Geschichte und Geografie in Osterei. Wo fand das Endspiel der Fußkollegen seit 2008 statt? Wien. Welches ist das höchste Gebäude in Wien? Der Dorf. Auch für ostereische Besucher war alles verständlich, da die Fragen auf Deutsch gestellt und beantwortet wurden. Dass es sie auch genug zum Essen und Trinken gab, war selbstverständlich. Nebosha Kračunovic, oft bekannt als Puma, vom Klub Kragujevački, hatte die Veranstaltung mit seinen Klubmitgliedern organisiert und hervorragend über die Bühne gebracht. Wir haben auch mit Nebosha Kračunovic, Obmann vom Verein Klub Kragujevački, gesprochen. Herr Nebosha Kračunovic, Puma bekannt, wir sind schon sowieso Freunde seit Linger. Seit wann sind Sie Obmann vom Klub Kragujevački? Ja, von 1912.000. Die waren, glaube ich, im Mai so, Anfang Mai. Ganz schön lang. Ja, 13 Jahre. Und in der 13 Jahre, haben Sie welche Veränderungen gemacht in den Vereinen? Ja, viele, viele Veränderungen wir machen. In den 13 Jahren, Anfang mit dem Sport, Anfang mit dem Fußball. Und jetzt sind wir sieben Jahre, sieben Jahre mit der Kultur dazu. Wir haben jetzt ungefähr 30 Kinder, zwei Gruppen, kleine Gruppen, und diese kleine Gruppe 7 bis 12, und die große Gruppe 12 bis 18 Jahre. Aber jetzt kommen wir zu dem Fest der Vereine, was am Samstag war. Riesengroße Fest. Wir waren dabei, hier werden wir sowieso ein paar Aufschnitte zeigen. Meine Frage an Sie, war das schwierig, alles zu organisieren, weil wieviel ich weiß, sind die Vereine von ganzem Österreich kommen? Ja, schwierig, schwierig schon. Aber wir haben ein gutes Team. Mein Klub Kragöwitsch hat eine super Leistung. Ich weiß mal, was geht das, alles besser, was muss man machen, der weiß das. Ein bisschen war mit Sponsorproblemen, weil das alles so teuer ist, Kulturzentrum der Eisenstadt. Aber wir haben schon oft, das waren über 300 Kinder, und 400 Eltern wachsen, und über 700 Besucher war bei dem Fest. Das haben wir gesehen, das war ein Ritz und Spiel. Aber wie zufrieden waren Sie mit der Veranstaltung? Ist er gut über die Bühne gelaufen? Nein, der war super, der Bode passt, der Halle ist toll, der Halle ist super, die Bühne war, die Organisation war, die Kinder war alles top, ich glaube, der passt. Welchen Platz haben die Klub Kragöwitschki? Ja, leider, leider, dritten Platz. Dritte ist auch was Gutes. Ja, wir waren, unsere Kinder waren wirklich, wirklich, wirklich von 7 bis 12 Jahren, andere Vereine, das war ein Fehler von Jury, die waren über 14 Jahre, die waren gewesen, 7 bis 12 Jahre, aber der Jury hat er nicht kontrolliert, das war ein Jury-Fehler. Das, ich gebe Ihnen zu, aber allgemein waren Sie zufrieden? Ich bin allgemein befriedigt, ich bedanke mich meinen Kindern, wirklich, der dritte Platz ist ein super Platz bei uns, die junge, der Mädchen war 7 Jahre, der älteste war 11,5 Jahre, ich binfried, super, super. Und wenn ich gut informiert bin, dieses Jahr wird noch ein Fest gemacht? Ja, dieses Jahr machen wir jetzt am Fest den Zylindal, am 9. November, aber den machen wir ungefähr mit 300 Leuten, nicht so groß, der kommt, von St. Pötl kommt der Verein, und von Wien her, ich weiß nicht welche noch, ich überlege mal welche von Wien, und unsere Krague war schon dabei, am 9. November, am 11. Zylindal. Dann sind wir live dabei wieder? Ja, live dabei. Und ich will noch dazu sagen, ich verdanke meine Eltern, von Club Spar Kraguevatschki, und das erste Mal, die zweite Gruppen, von 12 bis 18 Jahren, so viel Öl von Arbeit, von Kellner, von der Küche, alles war dabei. Das hört man gern. Ich danke Ihnen für die Besuch. Danke auch. Wiedersehen. Festakt zur Verleihung, der Verdienstmedaille an Blutspende. Am Samstag, dem 19. Oktober, fand in die Bauermülle in Martersburg, die Verleihung der Verdienstmedaille an Blutspenden statt. Die einmaljährliche Stadt findete, und von Roten Kreuz organisierte Feier, war gut besucht. Durch den Abend, führte die Moderator, Reinhold Fritz, nach der Podiumdiskussion, mit dem Bundesrettungskommandanten, Magister Gerry Feutig, dem Vizepräsidenten der Rote Kreuzes, wirkliche Hofrat Magister Sonja Windisch, und dem Vizebürgermeister Stadtrat, Helmut Marban, fand dann die Verleihung statt. Geert wurden 24 Personen, die zwischen 25 und 150 Blutspenden abgegeben hatten. Außerdem wurde der 13.000. Kursbesucher Andrea Schutz, und eine korrigierte Ersthelferin Anna Handel, mit einem roten Kreuzkristall, und einer Dankurkunde ausgezeichnet. Die Apfelente im Burgerland geht dem Ende zu. Diese Woche empfehlen wir noch einmal, einen Ausflug in den Apfelgarten der Familie Gustav Koch, in deren Obstgarten bei Siegles, können Sie nur noch diese Woche frische Äpfel direkt vom Baum pflücken, oder frische gepflückte Äpfel kaufen. Nutzen Sie noch diese letzte Woche im Obstgarten. Es gibt noch viele schöne Apfel, die gepflückt werden wollen. Der Apfelgarten bei Siegles ist noch bis Sonntag, dem 27. Oktober von 9 bis 17 Uhr für Sie geöffnet. Auch Bienen und Fertigprodukte wie Fruchtsäfte und Nektare, Edelbrände und andere Köstlichkeiten können Sie bei Apfelgarten einkaufen. Genaue Informationen finden Sie auf der Internetseite der Familie Gustav Koch unter www.obstgartenkoch.at. In Kurze werden auch die neuen Edelbrände unter dem Titel Der Wahnsinn in die Flasche auf der Seite von www.obstgartenkoch.at.at vorgestellt. Polizei News Burgerland Suftgifthändler hatten bei Festnahme schussbereite Waffen bei Sieg. Slowakische Täter benutzten das Burgerland als Transitroute. Vier Diller im Alter zwischen 18 und 43 Jahren, wobei einer eine geladene Pistole bei Sieg hatte, wurden vor Kurzem in Wien bei der Übergabe von 76 Gramm Metamorfotamin festgenommen. Weitere drei Täter wurden in der Slowakei verhaftet. Eine riesige Suchtgiftlabor, das sie ebenfalls in Slowakei befinden, konnte ausgehoben werden. Die Bande hatte bereits seit Jahresbeginn über das Burgerland Drogen im Wert von 70.000 Euro in Wien in Umlauf gesetzt. Grabdiebe in Nickelsdorf gefasst Bei den Kontrollen einer rumänischen Kastenwagens auf dem A4 in Höhe Nickelsdorf könnte in den frühen Morgenstunden zahlreiche Grabschmücke sichergestellt werden. Die Insassen würden vorläufig festgenommen. Die drei festgenommenen sind rumänische Stadtsangehörige, 28, 40 und 45 Jahre alt. Es besteht der dringende Tatbedacht, dass diese den gelenkten weißen Citroën-Champer mit rumänischen Kennzeichen mit den Diebesgut beladen haben und versucht, den Osterai Richtung Ungarn zu verlassen. Bei den gestohlenen Gegenständen handelt es um unzahlige Vasen, Grabplattene und Grabschüssel, welche aus Kupfer gefertigt sind und daher aufgrund des Wertes entwendet wurden. Es kann davon ausgegangen werden, dass die besagten Gegenstände von einem der mehrere Friedhofe in Osterai gestohlen wurden, zumal auch eine Flasche Weinwasser mit dem Aufschrift Basilika Monse vorgefunden werden konnte. Geschädigte werden es sucht, Sie mit dem Landeskriminalamt Burgerland unter die Telefonnummer 05 91 33 10 33 33 in Verbindung zu setzen. 89 Einbruchstiebstähle in Niederostreich und Wien geklärt. Beamtinnen und Beamten des Landeskriminalamtes Niederostreich im Mittlungsbereich Diebstahl könnten in enge Zusammenarbeit mit der Kriminaldienstgruppe der Polizeiinspektion Perchtoldorf und Burkesdorf 89 Einbruchstiebstähle in Wohnhäusern, Wohnhausanlage, Keller, Fahrrad, Abstellräume klären. Zufolge intensive Ermittlungen könnten eine mutmaßliche dreiköpfige serbische Tätergruppe im Alter von 26 bis 35 Jahre in der Zeit von Dezember 2012 bis Juli 2013 in den Bezirken Wien Umgebung und Mödling sowie in Wien-Florisdorf zahlreiche Einbruchstiebstähle in Wohnhausanlagen nachgewiesen werden. Sie sollen in Kellerabteilungen eingebrochen sein und vorwiegend Fahrräder, Werkzeuge, Elektrogeräte, Begleitung und Lebensmittel gestohlen haben. Der Triebeskub soll in Container zwischen gelagert und in Fahrräder nach Serbien verbracht worden sein. Diesbezüglich wurden eine professionelle Übersteller, eine 63-jährige serbische Staatsführer, ausgeforscht. In seine Kastenwagen könnten die Polizei bedienstete elf zerlegte Fahrräder und weitere Fahrräderteile sichergestellt. Die Werte Diebesgut beträgt mehr als 100.000 Euro. Davon könnten nur Diebesgut im Wert von fast 23.000 Euro sichergestellt und an die Opfer ausgeliefert werden. Ermittlungen zu Verbleib des weitere Diebesguts sind noch in Gänge. Die beiden 35-Jährigen wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien im Juli 2013 in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert. Und jetzt kommen wir zu den politischen Aktivitäten der Partei im Burgerland. SPÖ Kulturpreis des Landes Die Kulturpreise des Landes Burgerland überreichte am Montag, dem 21. Oktober 2013 Landeshauptmann Hans Niesel und Kulturlandesrat Helmut Piller im Rahmen einer Festaktes im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt an sechs Persönlichkeiten, die besondere Leistungen im Bereich Kultur eingebracht haben. Neben Landesrat Andreas Ligenfeld in Vertretung von Landeshauptmann-Stellvertreter Mag. Franz Steindl Landesrat Dr. Peter Reza Landtagsabgeordnete Vizebürgermeister Gunter Kovac Landespolizeidirektor Mag. Hans-Peter Diskozil und ORF-Landesdirektor Karl-Heinz Papst wohnte zahlreiche Vertreter und Gäste aus Kultur, Politik und dem öffentlichen Leben der Feier bei. Dr. Josef Windhofer langjähriger Geschäftsführer des Kulturzentrums des Landes erhielt in Anerkennung seine Verdienste um die Kultur des Komptur-Korreuz des Landesburgerland. Lehrlinge von heute als Facharbeiter von morgen. Den 23. Oktober 2013, der diesjährige Tag der Lehre, der heuer ausreichweit bereits zum siebten Mal durchgeführt wird, nehmen Landeshauptmann Hans Niesel und Landesrat Peter Reza zum Anlass der landesweite Größe privaten Lehrlingsausbildner, die Ausbildungssituation zum Facharbeiter näher zu beleuchten. Die Lehrlinge von heute sind die Facharbeiter von morgen. Qualifizierte Entscheidete über die Sicherheit der Arbeitsplatzes, über die Perspektive und die Chance junger Menschen. Denn qualifizierte Fachkräfte sind notwendig, damit es eine weitere gute wirtschaftliche Entwicklung gibt, damit wir im Wettbewerb bestehen können. Daher werden wir im Land weiterhin Lehrlinge ausbilden und in die Qualifikation in die Ausbildung junger Menschen investieren. Ich sehe darin ganz wichtig und entscheidend Investitionen in die Zukunft, so der Landeshauptmann Hans Niesel. Zundorf hat neue Kinderbetreuungseinrichtung eröffnet. Am vergangenen Sonntag wurden in Zundorf in Räumlichkeiten der neue Kinderbetreuungseinrichtung sowie eine Babytreff und 50 plus Treff feierlich eröffnet. Rund zwei Millionen Euro hat die Gemeinde in die Neubau der neue Kinderbetreuungseinrichtung investiert, wofür rund 267.400 Euro an Vordermitteln aus dem Kindergartenbauprogramm zur Verfügung steht. So Kindergartenreferentin Landesrätin Magister Michaela Resetat. Insgesamt werden in die neue Kinderbetreuungs- und Bildungseinrichtung rund 75 Kinder betreut. Würstel- und Rippelschnapsen der ÖVP Oberschützen Es geht um die Wurst läutet das Motto des diesjährigen Wurzel- und Rippelschnapsen der ÖVP Oberschützen beim Mostheurigen. Es ging heiß her und so manche Partien waren spannender alles ein Krimi. Auch Landesrätin und Bezirksparteiobfrau Magister Michaela Resetat schnappste sie mit Bürgermeister Günther Tod eine Brummel aus. Spekulationsskandal im bürgerländischen Landesholding Benko FPÖ fordert von Landesrat Biegler umgehend Auskunft. Einen neuen Anlauf zur Aufdeckung mutmaßlicher riskanten Fremdwährung Spekulationen unternimmt die FPÖ Bürgerland. Nachdem Landesabgeordnete Ilse Benko Unterlagen über einschlägige Geschäfte in der bürgerländischen Landesholding zur Kenntnis gebracht wurde. Ungleichbehandlung bei neuen Kanal Abgabgabegesetz Mit Uverständnis und Kritik reagierte Abgeordnete der Liste Bürgerland Manfred Körli auf die Ablehnung des Abänderungsantrages der Liste Bürgerland zum neuen Kanal Abgabegesetz Im Gesetzentwurf war vorgesehen die Bewertungsfaktoren für Gastgewerbebetriebe zu senken weil sie durch den Einbau von Fettscheideanlage keine zusätzliche Kosten für die Kanalwertung und den Kläranlagebetrieb bewerten diesen Ansatz ist gut und richtig so der Kommentar von Manfred Körli doch es ist nicht einzusehen warum Werkstätten die seit Jahren ebenfalls verpflichtend Abscheideanlage installieren müssen nicht ebenfalls von einer Änderung der Bewertungsfaktor profitieren durften Die Liste Bürgerland hat letzte Woche während der Landtagssitzung noch einen Abänderungsantrag angebracht der allerdings abgelehnt wurde Wie erklären sie dem Betreiber eine Werkstätte dass ihr trotzdem Installierung eine Abscheideanlage nicht finanziell entlastet wird der Benachbarte wird aber schon diese Form der Klient Politik kann und werde ich nicht akzeptieren so Körli Noch mehr Fotos und Informationen über die Einzelbeiträge finden Sie auf die Seite ccmedia.at und ccm-tv.at Wenn wir vor Ort bei der Pressekonferenz dabei waren finden Sie auch die komplette Pressekonferenz alles Video auf unserer Seite Und jetzt kommen wir zu den Veranstaltungen Empfehlungen Der Pressesprecher der Polizei in Burgerland präsentiert am Donnerstag den 24. 10. 2013 um 19 Uhr in Rust nach seinen beiden Büchern Hart an die Grenze Band 1 und 2 seine neue Werk Tatort Burgerland In diesem Werk das mit etwa 300 Bildern unterlegt ist sind Berichte über Aufsehen erregende Kriminalfälle Verkehrsunfälle sowie Katastrophen die sie den letzten jahreszente im Burgerland ereignet haben Die zweite Martell Wanderung findet in Deutschkreuz am 26. 10. 2013 statt Treffpunkt ist um 14 Uhr bei Schmittell Kreuz Die Wanderung wird ca. 2 Stunden dauern Am Freitag dem 25. 10. eröffnet eine neue Lokal in Wien Es handelt sie dabei um Mendons Wirt im 10. Bezirk in die Asperg Gasse 25 Der Magier wird dort selbst öfter auftreten und auch Livemusik wird gespielt werden Es ist ein kleines aber feines Kaffeehaus und wenn jemand in der Nähe ist zahlt sie sie aus dort vorbeizukommen Das war es wieder für diese Woche Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und eine schöne Woche wünscht Ihnen CCMTV Dankeschön closing córe chain 19 0 00 00 00 00 00 00 00